Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Licht! Wer ist denn nun die Leiche? Da ist sie doch. Ich. Nicht mal das Rauchen kannst du dir abgewöhnen. Was hat er eigentlich in seinem Koffer? Die Mordwaffe, Doktor. Unfall oder Mord? Eine abgelegene Schwarzmeerinsel, eine Touristengruppe und ein Toter. Grenzsituationen in dem neuen DEFA-Kriminalfilm Einer muss die Leiche sein. Sie sind der Mörder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.